Und nochmal den Endgegner. Ja, beziehungsweise Zwischengegner. Okay, die Stage fängt langsam wieder an mir keinen Spaß zu machen. Wir holen Rush raus. Nein, das war dumm. Nein, das war dumm. Hallo. Oh man, Rush, du bist so dumm. Nein. Kommt nochmal runter. Och ja. Ach man. Ist nicht leicht, dem auszuweichen, ganz ehrlich. Nicht mal mit Rush. Egal, jetzt. Oh ja, super, wir haben noch ein Fizelchen von unserem Leben. Das reicht niemals. Ja, stirbt. Oh, lange Zwischensequenz. Nein. Tod. Wir sind gleich tot. Ja. 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 Sehr gut. So, und jetzt? Jetzt kamen erstmal diese Dinger hier. Ja. Und stirb, und stirb, und stirb. Gut. Jetzt kriegen wir natürlich keine Energie mehr, weil... Ah, doch. Das ist natürlich... Sehr, sehr selten für Mega Man. Naja, immerhin wissen wir jetzt, wo der Abgrund hier unten war. Auch wenn Rush uns... Auch wenn Rush uns... Auch wenn Rush uns angelogen hat. Ähm... Ne... Gut. Gut. Sehr gut. Ja, die Fledermaus könnte hier mal runterkommen. Hallo. Okay. Okay. Ja, das war so klar. Okay, wir brauchen hier garantiert die Feuerwaffe, damit wir hier sehen können. Von daher... Äh... Auch der nicht. Dann wird's der hier sein. Oder ich... Turbo Man. Dann war's doch der rechts oben. Der sieht mir irgendwie nicht so nach Feuer aus. Ich weiß nicht, wieso. Beim letzten Mal hatte ich zwar gesagt, aber das ist auch nur aufgrund seiner roten Farbe, also. Oh yes. Marschendorf, Zaun. Yeah. Beste. Hm, äh... Hä? Okay. Ja. Na klar. Ja, verfolgt mich. Kann man dich irgendwie zerstören? Ja. Offensichtlich... Ja, sterbt doch einfach. Äh... Ja, super. Toll. Immerhin. Äh... Ja, natürlich. Also... Für Gegner hat Capcom immer wieder Ideen und die werden von Teil zu Teil immer blöder. Schießen, Pilonen. Also bitte. Oder sollen das etwa unsere Helmys sein? Könnte natürlich auch sein. Die sich in Pilonen verstecken. Wo auch immer, aber... Stirb. Stirb. Ja. Jetzt springt der. Oder macht der das denn? Naja. Also, zu Shade-Man merken wir uns erst wieder, wenn wir die Feuerraffe haben. Wo auch immer wir die herbekommen. Und Pilonen. Ja. So, gut. Ah, ne. Da unten sollten wir nicht hin. So, wie machen wir das jetzt? Hüpp. Boah, Glück gehabt. Zack. Gut. Und... Okay. Hä? Das ging mir jetzt zu schnell. Nein. Stirb einfach, Mann. Ja, rückwärts fahren brauchst du nicht. Toll. Waffenenergie. Wofür auch immer. Mir wäre so ein Leben oder so mal ganz lieb. Nein. Nein. Ja, okay. Energie ist gut. Wunderbar. Aber ich habe das Gefühl, da oben hatten wir ein Secret verpasst. Also, da wo diese Stachelreifen hinten noch waren, da hätte man bestimmt mit Rushed oder so drüberfliegen können. Und dann da auch noch was finden können. Die Frage ist nur, was? Und wo? Und wie? Und warum vor allem? Naja. Ah. Ah, jetzt sind wir wieder hier. Okay, ich verstehe. Wir müssen also da hinten drüber. Oder? Sehe ich das falsch? Nein. Boah, Glück gehabt. Und rüber. Sehr gut. Nein. Nein, hallo. So, wunderbar. Ah, ich habe es vergessen. Ich bin so ein Depp. Das ist unglaublich. Gegner kommen wir nicht wieder. Hey, hier kommen sie wieder. Ja, ich war ja nicht hier oben an der Leiter. Nein, natürlich nicht. Und... Nein, ach Gott. Und... Ja, sehr gut. Wie kann man gut leveln? Also... Was heißt leveln? Ach, Quatsch. Eben... Seine Energie wieder auffrischen. Beziehungsweise Leben sammeln. Und jetzt wird es wieder. Ah, sehr gut. Zack. Gut. Ach, hier war es doch schon wieder. Mann, ich bin so beschränkt. Das ist... Ich denke immer, es kommt jetzt später, weil das sieht nicht danach aus, als müsste man... Stirb. Ja, mir egal. Zack. Ja, gut. Und weiter hoch. Und jetzt hören wir langsam mal auf, bitte an diesem Ort zu sein, weil so langsam nervt's. Ganz ehrlich. Zack. Nein, das war zu früh. Und das war okay. Sehr gut. Noch ein bisschen Energie. Und hier ist es jetzt. Hier. Wie sollen wir... Moment. Können wir vielleicht mit der Elektro-Dingens... Nö. Hä? Rush-Jet. Nö. Hallo, wie soll man denn hier oben... Okay, wir müssen anscheinend... Nö. Hüp. Nein. Kann man hier noch stehen? Ich hoffe es. Ja, hier kann man noch stehen. Gut. Und jetzt weiter. Gut. Sehr gut. Und jetzt weiter. Und... Oh Gott, was ist das? Nein, wir wollen nicht Rush-Jet. Ach. Ja, super. Mega Wasser. Öp. Ja. Okay. Wenn's dir gefällt, dann lass ich dich. Öp. Ja, super. Hallo, jetzt kommt ihr auch von der Seite. Mein Gott. Stirb einfach. Danke. Was auch immer, dass da unten soll. die Ampel, die Ampel. Und hier noch ne Ampel. Stirb. Gut. Ich hoffe, der kommt jetzt nicht wieder, wenn ich jetzt hier runtergehe. Ah, super. Ja, klar. Natürlich kommt er wieder, warum auch nicht, das ist doch einfach durchgehen. Vielleicht gibt's hier noch was? Mal gucken. Mal gucken, mal gucken, mal gucken, mal gucken, mal gucken. Nein, ich glaube nicht. Sieh nicht danach aus. Weiter, 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 weiter. Hier neben. Aha. Zack. Nö. Nö. Man kann zwar halb durch die Wand, aber nicht ganz. Okay. Und weiter. Und weiter. Und weiter. Und weiter. Und du auch weiter. Ja. Nein. Nein. Hey, aber bis jetzt geht's noch. Und weiter. Sehr gut. Wunderbar. Ja, fallen wir runter. Neun. Ja, ich kenne, ich kenne die Scheiße. Die gab's bei Mega Man 2 auch. Bei Quick Man. Oh mein Gott. Das wird jetzt blöd. Das wird richtig blöd, einfach durchrennen. Oh, das zieht doch gar nicht so wenig. Das, ach. Ja, sehr gut. Und einfach durch. Schnell durch, das ist ein Instant Kill. Instant Kill. Ich bin noch ge... Was ein Müll. Das ist nicht lustig. Das ist einfach nur... Ah, diesen Müll wieder aufzugreifen. Der war Mega Man 2 schon behindert. Aber den dann wiederzunehmen. Wenn man denkt, oh, ja, der hat Menschen schön zum Aufregen gebracht. Lass ihn uns nochmal nehmen. Und weg. Und weg. Und... Öh, weg. Einfach weg. Einfach weg. Gut. Energietank. Egal. Einfach weiter. Oha. Oha. Nein. Ja. Wieso Danger? Ich hab Angst. Bitte nicht. Es kommt bestimmt irgendwas. Bitte Endgegner. Ja, das sieht noch ein Gegner aus. Äh. Hä? Das ist der Endgegner? Hä? Das ist der Endgegner? Hä? Hä? Wie soll man den besiegen? Hallo? Soll das der Endgegner sein? Äh. Ich hab keine Ahnung, was ich hier machen soll. Andere Waffe. Ist mir jetzt egal. Thunderbolt. Das ist... Ah, das bringt gar nichts. Freeze. Ja, super. Echt genial. Shield. Boah. Ja, das sieht wieder aus. Oh ja. Woran auch immer wir jetzt gestorben sind. War das der Endgegner? Oh, das... Das ist doch nicht... Hä? Ich hab's nicht verstanden. Was hätten wir machen sollen? Wir gehen einfach zum nächsten. Das Spiel ist zu... Wo ist der Endgegner? Wo kriegen wir die Feuerwaffe? Es... Das Spiel wird mysteriöser und mysteriöser. Das ergibt keinen Sinn. Ja, Danger, danke. Das hatten wir eben schon. Sehr gut. Slash, man. Ja, super. Dinos. Boah, stirb doch. Danke. Ich glaube, die Level hier sind nicht gerade einfach. Das erinnert mich irgendwie an Mario 2. Wenn ich das hier so sehe. Boah. Boah. Nein. Oh, Gott. Mann. Das ist wirklich kein Zuckerschlecken, Leute. Das ist... Nicht schön. Oh, Gott. Wann auch immer ich das hier nochmal schaffen soll. Ich glaube... Das wird noch einige Parts dauern. Wenn ich mir das hier so angucke. So, hier rüber, hier rüber, hier rüber und hier rüber. Gut. Ne, hier warten wir. Und jetzt. Und jetzt, und jetzt. Ja. Boah. Multikill. Äh. Jo. Spring. Ah, okay. Ich wollte schon sagen. Wird's tot? Nein. Glücklicherweise nicht. Hä? Wie? Wie sollen wir den... Nein. Boah. Ja. Der trifft uns nicht. Hallo, was sind das für Raketen? Das ganze Spiel wird zum Mysterium. Ach, Mist. Ach, Mist. Ja. Ja, egal. Einfach weg. Gut, dieses Ding hatten wir auch schon mehrmals. Das können wir bestimmt irgendwie besiegen. Hm. So nicht. Nein. Nein. Oh, das war eng. So. Was können wir denn noch einsetzen? Rap. Nein, es geht nach oben weg. Genau. Sehr gut. Sehr gut. Boah. So kann man natürlich machen. Ja, immerhin haben wir schon mal einen Weg gegen die gefunden. Ich hoffe, der Entgänger hier ist nicht so gut, weil bis jetzt... Ich traue mich nicht zu, zu irgendeinem anderen Entgänger ist jetzt zu kommen. Oh Gott. Das kenne ich auch aus einer anderen Megaman. Die haben hier ganz viel neu aufgegriffen. Aber extrem viel. Oh Gott. Oh Gott. Hilfe. Meine Güte, das ist... Das war doch sogar... Das war doch ein Megaman 4, oder täuscht mich das? In der Brightman Stage, da gab es auch diese dummen Frösche. Das haben die hier irgendwie wieder... Ja, genau. Sei zu... gierig auf den Energietank und verkackst. Deswegen ist es... Ja, und von ganz Anfang... Wie viel Leben? Leben, 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 hallo, leben? Null. Es war so klar. Null. Wirklich noch mal zu Springman gehen, der war nicht so schwer. Also bis sie... Also wir sind zumindest kaum weit gekommen und das hätten wir auch... Ja, die eine Passage hätten wir schaffen können. Das war nicht das Problem an sich. Da hab ich mich einfach nur zu beschränkt angestellt. Aber das hier... Okay, das... Bis jetzt ging's hier auch noch. Aber in der... Toboman Stage, keine Ahnung, wie man den besiegen soll. Ganz ehrlich, das ist mir ein Rätsel. Oh, das war eng. Glück gehabt. Einfach rüber, rüber, rüber. Gut. Und zack, Multikill und...